Neu-Folge von Stellaris, Staffel 4. Ich bin immer noch im Krieg gegen alle und Basti ist im Krieg gegen diesen kleinen rosa Furz, gegen den er keine Chance hat. Ja, das ist toll. Hallo. Hallo. Also wir sind, ich würde mal sagen, in der Endphase dieser Partie wahrscheinlich. Ich kämpfe gerade gegen jeden, der hier blau ist. Könnt ihr euch mal so angucken, die Galaxie? Alle, die blau sind, sind meine Feinde jetzt gerade. Und Basti kämpft gegen alle, die rot sind. Und er ist selbst auch rot. Also er kämpft auch ein bisschen gegen sich selbst, habe ich das Gefühl. Ja. Auf eine Art. Ach, hier ist eine 70.000er Flotte. Wo kommt die denn jetzt her? Vom Urik-Block? Scheiße. Na gut, dann jumpen wir jetzt mal weiter ins nächste System. Ja, jetzt testen wir mal. Genau, also ich kämpfe hier immer noch gegen den, gegen den blöden Urik-Block und versuche halt irgendwie hier klar zu kommen. Ist nicht so einfach, weil die sind relativ stark und, ja, und alle anderen sind auch sehr stark und alle zusammen sind gegen mich natürlich dann jetzt zu stark. Könnte man jetzt sagen. Auf eine Art. Aber ich habe gleich es geschafft, zwei Planeten zu erobern von ihnen. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Dafür, dass ich ja nur so knapp 35 oder so Kriegspunkte brauche, bin ich da schon auf einem ganz guten Weg. Was ist denn mit denen jetzt? Wieso springt die denn nicht? Springt wohin? Ah, diese dummen Transportschiffe. Ja, wirklich, ich habe hier schon, was ich an Hunderten von Transportschiffen verloren habe. Das ist unglaublich. Wieso? Sind die jetzt schon gelandet hier? Ja, die kämpfen schon. Und zweiter Planet eingenommen. Yes. Very good. 18%. Kriegsfortschritt. Frieden anbieten. Äh, die nehmen den an, oder? Ich biete denen den Frieden an. Okay. Hä? Aber habe ich jetzt nichts gewonnen, oder was? Ich dachte, wenn ich denen den Frieden anbiete, dann gewinne ich was. Ich bin so dumm, Basti. Ich habe denen den Frieden angeboten, dem Urik-Blog. Und die haben den angenommen. Und ich dachte, ich behalte dann das, was ich erobert habe. Aber ich habe alles wieder abgegeben. Es war komplett sinnlos, der gesamte Krieg. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt darf ich denen ja zehn Jahre lang nicht mehr den Krieg erklären. Ja. Wenigstens ist meine Dyson-Sphäre vorangekommen. Die ist jetzt schon halbfertig. Ähm, und produziert 100 Energie. Das ist eine ganze Menge. Äh, eine teilweise betriebsbereite Dyson-Sphäre. Ist okay. So, jetzt führe ich nur noch Krieg gegen einen Gegner. Jetzt wird es interessant. Jetzt habe ich nämlich, vorher hatte ich gar keine Chance mehr. Jetzt habe ich vielleicht eine kleine Chance. Ähm. Dann ziehe ich jetzt mal alle meine Schiffe wieder runter in mein Heimatsystem. Meine 170.000er Flotte. Schau mal, was man da machen kann damit. Äh, Mann. Ich muss ja parallel auch dran denken, hier mal meine, ähm, wie heißen die Dinger? Habitate auszubauen. Ein bisschen. Bisschen mehr Nahrung brauchen sie noch. Dann brauchen wir noch Energie. Dann brauchen wir noch Mineralien. Und Forschung können wir auch mal machen. Dann machen wir hier mal eine Reihe Forschungsanlagen. So. Dieser Bewohner ist zurzeit arbeitslos. Das ist ja nicht schön. Hatte ich nicht noch ein zweites Habitat? Wie geht es dem denn? Habe ich da schon irgendwas gebaut? Ja, habe ich. Cool. coole Sache. Okay, also, ich habe genug Energie auf jeden Fall, um irgendwie alles zu machen, was ich machen will. Aber ich habe nicht genug Mineralien. Wo ist meine Flotte schon wieder zurück? Ja. Okay. Dann packen wir jetzt erstmal ein bisschen Schiffe zusammen, damit hier nicht mehr 30 Flotten rumfliegen, sondern nur noch, im besten Fall nur noch eine. Oder wenigstens zwei, weil eine Transportflotte ist, weil eine Transportflotte, so. Klicken wir alle wieder hier hin. Wo ist denn meine Hauptflotte? Ach, die kommt noch. Ach, die kommt noch. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann will ich nichts gesagt haben. Gut. Bauen noch mehr Schiffe. Ich habe gerade das Geld. Hier noch Schlachtschiffe. Wo haben wir hier noch in der Nähe Systeme mit Raumhäfen? Hier ist noch eins. Und wie läuft es bei deinem Untergang? Geht es voran? Bis jetzt sind die stehen geblieben. Das machen sie ja gerne mal irgendwie, habe ich das Gefühl. Aktuell machen sie nichts mehr, ne. Aber ich kann auch nicht aus dem Krieg raus. Also, was ist das? Na gut, dann werde ich jetzt mal gleich anfangen, hier den mir aufgezwungenen Krieg, den ich ja nie wollte, mal zu gewinnen. Währenddessen baue ich meine neuen Schlachtschiffe. Was können die denn mit den neuen Laserwaffen da, mit den Destruptorwaffen oder was ist das? Ja, das sind ja Destruptorwaffen, die haben mehr Reichweite, mehr Schildschaden und etwas weniger normalen Schaden. Die Laserwaffen hätte richtig gut gewesen von denen, aber ich erforsche ja auch den Sprungantrieb, also den Wurmlauchspiel, nee, gar nicht den was-weiß-ich-Antrieb. Den was-weiß-ich-Antrieb, genau. Diesen neuen Stufe-irgendwas superantrieb. Da bin ich mal sehr gespannt. Allerdings ist das auch eine gefährliche Technologie. Na, ob das was wird. Da mögen dich doch dann wieder deine Nachbarn nicht mehr. Ach, die mögen mich sowieso nicht mehr, mit denen bin ich ja im Fall. Ich wollte gerade sagen, die mögen dich ja dann gar nicht mehr. Das ist ja shit egal. So, ich werde jetzt mal gleich die Gagassi hier angreifen, die sind nämlich mit... Die beleidigen mich auch noch, oder was? Nee, der Urik-Block hat mich beleidigt. Die Gagassi sind hier mit einer 35.000er Flotte bei mir zu Hause. Das ist ganz schön dumm von denen, weil ehrlich gesagt stört mich das mit meiner 186.000er Flotte nicht so richtig. Ja, schön, komm mal zu mir, mach den Dings da platt, der hat weniger als du. Ja, aber die sind doch viel, viel stärker. Du hast doch gesehen, dass meine Technologiestufe offensichtlich scheiße ist. Ja, die sind stärker mit ihren Lesern und Schilden. Die sind doch garantiert stärker. Die schießt ja einfach über die ganze Karte quasi rüber fast. Ach, Mann ey. Warum ist denn meine Technologiestufe so schlecht? Das nervt mich total. Aber zusammen hätten wir ihn fertig. Ja, zusammen, aber wir sind leider irgendwie nie zusammen unterwegs. Warum haben denn meine Schiffe alle keine Schutzschilde? Ich glaube, meine Schiffe brauchen mal mehr Schutzschilde. Ich muss mal irgendwas machen hier. Ach, keine Ahnung. Das hat doch alles keinen Sinn. So, ich besiege jetzt mal die Gagassi hier wenigstens. Das ist wenigstens mal ein Gegner, den ich besiegen kann. Die sind mir unterlegen. Die haben hier eine 35.000er Flotte. Das ist ja... Ein Witz ist das ja. Ein Witz ist ja lustig. Ich weiß nicht, warum dieser Dings da stehen bleibt und nichts mehr macht. Das weiß ich auch nicht. Das ist jetzt zwar sehr gut für mich, aber... Ja, ich wünsche dir, dass das noch ein bisschen so weitergeht. Das kann ruhig so bleiben, bis ich wieder meine 680 Schiffe habe. So, Gagassi-Freunde, die bleiben auch gerade stehen und machen nichts mehr. Das ist sehr, sehr dumm von denen. Weil eine, zumindest zahlenmäßig, sechsmal so starke Flotte sich gerade ihnen nähert. An deren Stelle hätte ich mal was dagegen getan und wäre abgehauen. Okay, die haben Projektilwaffen hauptsächlich. Ich habe hauptsächlich Raketen. Also es ist hier gerade ein sehr Explosivwaffen-lastiger Kampf. Kein einziger Laser. Und ich habe sie besiegt. Nicht schlecht. Das war machbar. Seit wann gibt es denn dafür keine Punkte mehr? Ich habe keinerlei... Ich habe eine 35.000er Flotte besiegt und kriege dafür 0,0 Punkte im Krieg. Äh, viel. Das ist doch echt scheiße, ist das doch. Das ist hier eine Transportflotte. Na gut, ich fliege jetzt mal ins Zio-Bier-System und versuche das mal einzunehmen. Vielleicht habe ich ja sogar eine Chance, den Krieg irgendwie zu gewinnen. Wahrscheinlich nicht, weil die haben ja so viele Kriegsforderungen gestellt hier irgendwie. Es sind ja fünf Reiche, die gegen mich kämpfen. Da kann ich ja nicht annähernd irgendwie wahrscheinlich gegen anstinken mit meinen zwei. Nee, es ist schwierig. Also ich meine... Ja gut, ich meine, die haben sich halt viel vorgenommen. Die brauchen halt 100, äh, mehr als... Oder knapp 100 Kriegspunkte müssen die verdienen. Ich muss nur 20 verdienen. Es ist halt die Frage, ob sie dann einfach aufhören zu kämpfen, sobald... Nee, das machen sie nicht, glaube ich nicht. Weil es ist ja unfair. Ich habe ja keine Chance, dann irgendwie diesen Krieg zu beenden. Nö. Ja, das kann ich ja auch. Ja gut, du hast ja auch echt ein bisschen viel vor... Nein, Quatsch. Das war ein guter Plan eigentlich. Aber immerhin hast du ein paar neue Technologien gekriegt. Guck mal, freu dich. Ein paar Technologien habe ich ja... Freu dich doch mal. Freu dich doch mal ein bisschen hier. Ein bisschen freuen. Freu mich doch auch. Freu dich doch. Genau, sehr gut. Vor allem, ich baue ganz viele Schlachtschiffe. Und Träger. Und Schlachtschiffe. Und Träger. Und immer abwechselnd. Ja. So, ich brauche... Ich habe somit schon wieder eine Achttausenderflotte. Ha. Hüsa. Ja, schön. Gegen 130.000. Meine Zweitflotte ist eine 12.000erflotte. Weil ich nur mal gesagt habe. Aber es bringt mir ja nichts. Es bringt mir ja absolut gar nichts. Ich habe ja nichts davon. Ich kann aber... Mittlerweile habe ich so viel Energie durch die Dyson-Sphäre, dass ich einfach mit meiner Riesenflotte durch die Gegend fliegen kann. Und es überhaupt nichts meiner Energieversorgung schadet. Immer noch 400 plus. Das ist gut. Also es ist sehr angenehm, weil ich kann die ganze Zeit Mineralien kaufen gegen Energie bei den Händlern. Und es läuft. Das während ich Krieg führe. Also das ist echt praktisch. Ich bin einmal ganz kurz weg. Ja. Alles klar. So, ich erforsche jetzt hier erstmal diese lustigen Trümmerhaufen, die hier überall rumliegen. Und dann komme ich mal mit meiner... Wie heißt das? Mit meiner Transportflotte. Und versuche mal, den Planeten hier einzunehmen. Was ist hier eine 32.000erflotte? Naja, mein Gott, dann ist es so. 32.000, ey. Die kann ich ja bald mit meiner Zweitflotte hier fertig machen. Na ja, noch nicht ganz, aber ich baue ja noch Schlachtschiffe und so. In den meinen zentralen zwei, drei Systemen hier brauche ich eigentlich parallel die ganze Zeit nur Schlachtschiffe. So. Planet eingenommen. Na, immerhin. Na, immerhin. Es läuft. Akzeptanz. 24. Ne, den Krieg führe ich aber zu Ende, Leute. Den Krieg führe ich zu Ende. So, 96. Da wäre es vielleicht ganz schlau dann mal. Ich weiß nicht so genau, ob das Sinn macht, jetzt zurückzufliegen und erstmal zu reparieren. Oder hier einfach weiter zu fliegen. Hat der hier Planeten? Ne, ne. Seine nächsten Planeten sind halt hier drüben. Ja, okay. Dann plätte ich jetzt erstmal die 30.000erflotte. Wenn die immer nur in 30.000er-Schritten irgendwie am Start sind, die Gegner, dann ist das okay für mich. Dann kam ich damit klar. So 30.000 von denen klatsche ich halt weg, ne. Aber diese 90.000 oder 100.000er, die sie dann da teilweise rumfliegen haben, das ist dann ein bisschen viel. Aber momentan führe ich hier den Krieg. Also, das muss man auch schon mal erstmal festhalten. Das muss man festhalten können. Komme leider auch gerade nicht mit meiner tollen Dyson-Sphäre voran. Das ärgert mich auch ein bisschen. Das würde ich nämlich gerne machen. Aber ich kann es mir jetzt gerade nicht leisten, hier Mineralien an die Dyson-Sphäre zu verbrauchen. Das ist leider nichts. So, ich baue mal noch ein paar Armeen. Und hier auch noch. Flottenschlacht. Oh, die sind abgehauen. Ähm, wo ist denn meine Haupt-Army? Ja, dann join ich euch doch mal da in eurem... Oh, Gott. Wo seid ihr denn jetzt? Scheiße, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Was war denn das andere System, was ich einnehmen soll? Da mache ich das jetzt erstmal. Das Dann-Da-System. Das ist das da. Na gut. Dann fliegen wir da jetzt erstmal hin. Dann fliegen wir da... Dann fliegen wir da jetzt erstmal hin. Ach, die fliegen doch wieder nur ins Zyobir-System zurück. Ich hätte einfach nie abhauen sollen. Ja, shit, man. Scheiße. 116.000er Flotte. Ja, klar. Ja, klärchen, ne? Da fliege ich aber nicht rein. Ne, ne, ne. Da bleiben wir aber schön hier. Da fliegen wir mal schön ins Dandar-System und gucken uns das mal schön an. Ja, da haben wir wieder eine Transportflotte von mir besiegt. Glückwunsch! Freu dich! Mist, Kerle alle. Mal diese Transportflotten, ey. Das ist so ein... Mist. Das ist so eine Scheiße. So, sammelt euch mal hier. Wie sieht mittlerweile mit Zweitflotte aus? Das hat knapp 30.000. Die haben jetzt hier... Oh, guckt euch das mal an. 35.000, nochmal 35.000, 70.000, 116.000. Das sind 290.000, 300.000. Scheiße. Ja, 190 sind 2... Das klappt 300.000 Angriffskraft. Oh, fuck you. Fuck you all. Sprungantriebe. Neue Sprungantriebe, ja. Wird gemacht. Oh, die haben mein Forschungsschiff zerstört, ne? Mit dem Forscher an Bord. Scheiße. Na gut, dann muss ich mir einen neuen Forscher rekrutieren. Die sind immer so teuer, ey. 65. Hab ich doch alles nicht. Hab ich doch alles nicht. So. So, dann putzt mal hier das Dandarsystem leer. Und dann fliegen wir mal mit den ganzen Transportern hier. Die können sich ja mal zu einer Flotte zusammenschließen, damit ich es ein bisschen übersichtlicher habe. Das mag ich immer nicht, wenn das so... Wenn die so verstreut sind. So, dann holen wir uns den Dandar-Planeten hier noch zurück. Wie geht's meinen Habitaten? Habitieren so vor sich hin, ne? Dann baut man hier noch ein bisschen... Haben wir genug Nahrung? Na gut, dann bauen wir hier noch ein Nahrung und einmal Mineralien. So. So, so. Hier könnten in dem System, das ist mein Hauptsystem, ne? Da könnten wir mal noch ein paar Wurmlochstationen bauen. Warum hab ich da nicht an jeder Ecke ne Wurmlochstationen? Das irritiert mich ein bisschen. So, ihr könnt mal landen hier. Truppen landen. Und dann haben wir nämlich schon mal hier 8% Kriegsfortschritt oder so. Das läuft ja richtig. Kriege ich den Planeten leergeräumt? Yep. Kriege ich. Sehr schön. 9% sogar. Und? Wollen sie sich an Verhandlungstisch setzen? Naja, gleich. Also zumindest verhandeln wollen sie dann. Wahrscheinlich. Sobald ich sie genug genervt habe. Ich bin wieder da. Hat leider einen Moment länger gedauert. Das ist nicht schlimm. Wir sind gerade noch im Finale dieser Folge. Ich hab jetzt zwei Planeten von den Gagassi erobert. Im einen System, wo ich den ersten Planeten von ihnen erobert hab. Ist eine 300.000er Flotte ungefähr. Da geh ich nicht nochmal hin. Ich konnte gerade noch fliehen. Meine Flotte hat's überlebt. Gott sei Dank. Ja. Aber das fand ich schon echt ein bisschen viel. Und ähm... Ja, so läuft das jetzt halt. So vor sich hin. Ich kann jetzt auch übrigens den fortschrittlichen Sprungantrieb erforschen. Find ich ja ganz... Ich hab ihn erforscht. Fällt mir gerade so auf. Mhm. Genau. Also ich kann jetzt auch ohne Zeitverlust, wenn ich den erforscht hab, dann springen. Wahrscheinlich hab ich den durch irgendwie... Haben wir immer noch ein Bündnis? Eigentlich ein Forschungsbündnis? Weiß ich gar nicht. Haben wir länger nicht geschlossen. Jedenfalls stärker als alles... ...dehrige. Der hat ja... Der... Der funktioniert ja anders. Irgendwie ein bisschen. Ähm. Ja, hoff ich ja. Ich biete dir mal wieder ein Forschungsabkommen an. Vielleicht geht's dann schneller bei mir. Du hast den ja schon erforscht. Genau. Guck jetzt mal. So, jetzt hab ich 9%. 9% Kriegsfortschritt. Wie komm ich denn jetzt auf... ...höhere Werte? Vielleicht, indem ich... ...hier noch ein bisschen Ärger mache. Und einfach noch ein paar mehr Planeten angreife von ihm. Und hoffe, dass er mich in der Zeit nicht mit seiner 300.000er Flotte angreift. Also er, das bedeutet ja, alle 5, die gegen mich gerade kämpfen. Oder sagen wir mal 4, weil die Saxoid-Hegemonie, die haben nur 1200 Angriffskraft. Aber gerade die Erde mit... Ne, nicht die Erde. Gerade Adnor und Sidimatus. Warum hat eigentlich die Sidimatus-Republik? Das sind doch diese kleinen Grünen da unten bei dir. Warum haben die 100.000er Flotte, ey? Sind die eigentlich spinn, ja? Ich glaub, ich spinne. So, Armee aufrüsten. Na gut, aber zumindest sind komplett mehr oder weniger alle Flotten des Universums gerade hier bei mir in einem System. Also, jetzt nicht, dass ich sie dort besiegen könnte, aber zumindest können sie auch gerade nichts anderes machen. Also, kein Ärger und so. Jetzt teste ich mal den schönen neuen Antrieb. Ja, muss mal gucken, wie schnell man damit wohin kommt. Oh! Okay, ich habe... Moment mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Was ist dann? Ja, läuft. Ich kann mal eben... Ich spring mal zu dir, ne? Weil ich... Oh, ich habe den auch bald erforscht. Ich habe ihn auch bald erforscht. Das ist toll. Aber spring nicht in dieses eine System, äh, ins Zio-Bier-System. Das ist eine ganz schlechte Idee. Da nicht hin. Also, du kannst jetzt über die komplette Map springen, oder was? Nein, ich habe schon ein paar Wegpunkte. Aber ich kann überall hin. Ich habe keine Begrenzung, ne? Das gefällt mir. Ich werde das dann nächste Folge auch ausprobieren. Aber jetzt machen wir erstmal Pause. Die ist schon mega lang. Ähm, und, äh, ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, diesen Krieg zu beenden. Und dann diesen geilen Sprungantrieb zu haben. Und überall hinzukommen. Und dann springen Basti und ich den Rest des Let's Plays einfach nur durch die Gegend. Und wedeln mit den Armen so über dem Kopf. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.